Und jetzt geht's wieder weiter mit Social Empires. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge hier. Ja, zuerst besuche ich doch mal den Jan auf Wunsch. Besuche ich den ja mal. Also, ich besuche ja gerne die Leute. Wer auch immer fragt, wird auch besucht. Ah, der muss mich halt in Facebook haben. Okay, ein tolles Reich. Hat auch schon ein paar Drachen. Inferne Demmon kann der auch machen. Was hat der denn noch so? Ja, mit den Türmen, das ist auch gut. Ja. So, dann gehen wir doch gleich wieder in mein Reich zurück, nachdem ich euch das hier gezeigt habe. Und das ist jetzt geladen worden. Ich bin da am Überlegen, was für eine Insel ich jetzt mache. Hm, also, ich würde doch einfach mal gerne starten mit der... Wie heißt die? Ich glaube, Mystische Insel. Ja, Mystische Insel ist das, glaube ich. Damit wollte ich doch jetzt mal weitermachen. Hm. Ja, das ist diese Insel. Och, ich hab die gehasst. Hasse ich die immer noch? Nee, 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 nee. Jetzt hasse ich die natürlich nicht mehr. Weil ich hab ja jetzt meine drei Drachen. Und die können ja natürlich ihre Minions machen. Und diese kann ich dann einfach, äh, vorschicken. So als kleine Armee. Und diese können dann die ganzen Feinde erledigen. Und wenn die sterben, ist das ja gar kein Thema. Dann kann ich die dann sofort wiederbeleben. Aber wenn ich jetzt Truppen sterben lasse, die, die können nicht sofort wiederbelebt werden. Das ist der kleine Unterschied dazu. Ja, deswegen sind diese Cash-Dinger gar nicht mal so schlecht. Also auch eine Empfehlung zum Kaufen. Weil man dadurch prima seine Armee machen kann. Ja, wenn die alle so zwei, äh, Viecher spawnen können. Dann hat man auch, äh, gute Karten. In so einem Spiel jetzt. Äh, lauf nicht da. Du sollst nicht da hinlaufen, du Drache. So, macht jetzt noch, äh, ein paar Kinder dazu. Macht jetzt noch ein paar Kinder. Ja, Kinders machen ist immer nicht so leicht, ne. Ja, Kinders machen hier. Na, und ihr geht da hin. Und die gehen auch da hin. Und die auch. Hallo? Genesis Windknecht. Genesis Windknecht. Ach, die Windknechte hier. Heutzutage sind die Windknechte alle viel zu schwach. Ne, viel zu stark eher. Ja, was war denn früher mit so einem Windknecht? Da war der doch nicht so stark. Ach, äh, Armee, renn schneller. Komm, renn, renn. Renn, 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 renn. Die Armee muss es doch schaffen. Ja. Die muss es schaffen. Mhm. Ach, man muss ja auch nur das Rathaus töten. Ist ja noch leichter. Das Rathaus töten. Einfach mal durch die Mitte durch. Zack, bam. Ich hab da jetzt nix groß zu verlieren hier. Ich hab ja jetzt nur meine Minions. Und die schick ich dann einfach mal auf das Rad. Also durch die Mitte. Einfach durch die Mitte durch. Ohne, äh, große Umwege. Und mal gucken, was dabei so rauskommt. Denn die sind ja auch nicht gerade schwach. Die sind, äh, ja, auch ein bisschen stark. Warum steht da Rock Quest? Rocke ich hier die Quest oder warum steht da Rock Quest? Komisch. Eine Rock Quest. Ja, das ist die Rock Quest. Wey, wir rocken doch alle. Yay, deswegen heißt sie auch Rock Quest. Ach, und die beschießen die mal schön. Kommen, die sollen nicht zu nahe kommen. Ja, kommt nicht zu nahe, kommt nicht zu nahe. Sonst stirbt ihr. Beschießt den rechts mal. Hallo, beschießt ihr den mal? Oder greift er euch jetzt an? Ach, der greift euch jetzt an. Hab ich mir schon gedacht. Hallo, greift nicht die Mauern an, sondern die Viecher, die da rumstehen. Oh, was macht ihr? Ihr sollt nicht die Mauern angreifen. Die sind kein Feind. Von daher sind die unwichtig. Ja, die sind unwichtig. Die sind nur unnötiger Kleinkram, um den man sich hier kümmern muss. Darum muss ich mich immer extra kümmern. Ja. Nicht die Mauern angreifen, den Wikinger. Ja, we attack the Vikings. We attack them, we attack them. Nicht denken, ich bin jetzt hier aus England. Ne, 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 ne. Ich bin nicht aus England. Ich bin nicht aus England. Aber ich will da mal herkommen. Ich will da mal hin. So. Also, ich bin da nicht aus England, aber ich will da hin. Äh, Extreme Boy Dragon, du gehst da hin. Nicht, dass du noch hier verletzt wirst. Das wäre ja nicht sehr schön. Äh, die Dinger beschießen die mal wieder. Naja. Wenn wir da durch sind, gibt es ja da weniger Türme. Geht doch alle erstmal da rein. Da seid ihr in Sicherheit. Wobei, nicht ganz. Dann seid ihr auch nicht in Sicherheit. Da warten diese Viecher da auf euch. Und noch so ein Turm. Ja. Noch so ein Turm. Ein Turm. Der wird doch hier attackiert. Und die Walküre. Tötet die Walküre. Ist die jetzt tot? Weiß ich nicht. Ach, egal. Dann töten wir das so. Geht doch mal da rein, ihr Genesis Windknechte. Sonst werdet ihr noch unnötig hier beschossen. Mal gucken, wie viel Schaden gibt es denn hier auf dem Wikinger Turm. Hm. Müsste der nicht jetzt gleich tot sein? Ich weiß es nicht. Ach. Einfach mal meine ganze Armee. Oh, die haben wir noch ganz gut Leben. So wie ich sehe. relativ gut. Damit könnte man es noch schaffen. Also. Das sollte kein Problem sein. Sollte. Ja, nein. Du greifst das Viech da an. Und du das Viech. Ihr könnt ja schweben. Da habt ihr ja einen kleinen Vorteil, dass ihr schweben könnt. Schweben ist cool. So können die euch unbemerkt, äh. Ja. Also so könnt ihr die angreifen, bis sie an euch drangekommen sind. Ne. Also die kommen gar nicht an mich dranne. Und schon sind sie schon tot. Das ist auch eine gute Taktik. Ja. Das Tor. Das muss auch kaputt. Das Tor. Alle auf das Tor hier. drauf da. Auf, Jungs. Oder Dregis. Hm. Dregis. Wie viel Leben hat denn dieses Tor? 1.500. Hm. Sollte nicht sehr schwer sein zu knacken. Ist auch nicht so schwer. Ach Dregi. Zieh doch nicht noch ein Monster mit dazu. Wir wollen kein Monster hier zuziehen. Ach Rathos hat auch nur 1000 Leben. Ach. Die 1000 Leben knacken wir doch sofort kaputt. Ja. 1000 Leben. Weg. Komm weg. 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 Uh. So schnell. Habe ich jetzt diese Insel hier. Gemacht. Und. Ja. Ich würde mal sagen. Also vor. Ein paar Monaten. Als ich diese großen Drachen. Und die Gütter noch nicht hatte. Habe ich für diese Insel. Wirklich eine halbe Stunde gebraucht. Ja. Das war dann so. Also in der Insel. Da musste ich dann mit meinen Katapulten. Zurechtkommen. Und diese habe ich dann immer. Auf die Türme geschickt. Und dann immer so einzeln. Äh. Mir die Insel vorgenommen. Sanddüneninsel. Was ist denn das. Nochmal für eine Insel. Mal gucken. Ob wir die vielleicht auch nochmal machen können. Ja. Hier können wir doch ganz gut variieren. Zwischen den Inseln. Ja. Hm. Die können doch einfach da drüber fliegen. Meine Minions. Und dann können die doch einfach da angreifen. Oder nicht. Wäre doch eine Option. Ah. Dann hätten wir den Genesis Windgott. Äh. Der. Den seine Minions. Die können nicht fliegen. Aber das ist kein Problem. Also. Ich denke mal. Die werden das auch in ihrem. Ich sag mal. Sechser Trupp. Oder wie viel Trupp. Auch schaffen. Ne. Ja. Sechser Trupp. Ne. Achter Trupp. Ja. Jeder hat ja zwei Minions. Also. Von daher. Achter Trupp. Oh. Ne. 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 Nicht. Die Dreckis. Die Dreckis sollen keine Leben verlieren. Will ich jetzt ungern die Leben hier opfern. Aber. Naja. Egal. Ne. Egal. Die werden ja schon. Wohl schnell da hinkommen. So. Wenn die da. Das Rathaus. Wie viele Leben hatten das Rathaus. Gold. Oh. Das hat 8000 Leben. Das ist auch ganz schön viel. Oh man. Jetzt sehe ich meine Dreckis nicht mehr. Na. Drecki geht da hin. Hallo. Hallo. Drecki. Hast du mich gehört Drecki? Weiß ich nicht. Weiß nicht ob du mich gehört hast. Du kannst doch da drüber fliegen ne. Aber im Nichts kann man leider nicht stehen. Also in diesen Palmen Dingern kann man nicht stehen. Das ist echt schade. Echt schade. Ja. Also das Gute ist. Die Minions. Die können wir nicht verlieren. Also wenn die tot sind ist das ja egal. Also ich kann ja immer wieder neue machen. Von daher ist es eine gute Möglichkeit so taktiert anzugreifen. Und dann den Gegner strukturiert zu töten. Ja. So mache ich das jetzt immer gerne. Und schaffe dann die einzelnen Inseln. Okay warten wir noch. Oh fertig gewartet. Ja und jetzt kann er auch so seine nächsten Bulldreggis machen. Die wir jetzt hier langsam dahin tun. Aber nein 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 nein. Was greift ihr denn da schon wieder an ey. Drachen. Hallo. Ihr sollt nicht da angreifen. Es ist doch alles egal. Ihr müsst es nicht angreifen. Seid doch mal nicht so aggressiv ihr Drachen. Ach und du. Du machst jetzt deine Bulldreggis. Ja. Deine Dreherattacke. Oh. Tornado. Tornado. Noch ein Tornado. Der ist ja auch ganz schwach. Hm. Wie viel. Ja. Anubis. Die Türme. Die könnten eventuell stören. Aber. Ne 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 ne. Wir bewegen uns jetzt. So am Rand hier. Ja. Wir werden vielleicht ein bisschen von den Türmchen getroffen. Ein bisschen. Ist ja nicht ein bisschen. Das ist ein kleines vieles bisschen. Aber mal gucken. Ob wir das dann schaffen. So. Ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal aus. Geht nur da hin. Was ist denn das da? Wüsteninsel. Wüsten. Wie Wüsteninsel. Was ist wenn man diese Wüsteninsel da tötet? Was ist dann? Haha. Ist ja auch komisch. Hm. Aber naja. Egal. Machen wir das einfach so. Und die da unten attackieren schön ihre Viecher da. Och. Mach dein Tornado. Dein Tornado. Hm. Mal gucken. Ähm. Haben die viele Leben verloren. Haben sie? Hm. Naja. Bis jetzt noch nicht so. Aber mal gucken. Vielleicht. Verlieren sie ja noch viele Leben. Was ist denn mit der Wüsteninsel? Kann man die irgendwie einsammeln oder was? Oder was hat es sich jetzt da genau mit auf sich? Schnapp. Schieß doch einfach mal drauf. Mal gucken. Wie weit wir da kommen. Ja. Hm. Okay. Hm. Naja. Das mit den Leben. Das reicht jetzt nicht unendlich. Aber 700 Leben müssen die erstmal tot kriegen. Hm. Naja. Mal gucken. Wie viel Leben vom Rathaus wir dann in der Zeit tot bekommen. Tot bekommen. Wie kann man ein Rathaus töten? Das ist hier die Frage. Ja. Ganz simpel. Indem man. Ja. Indem man ein Rathaus zerstört. Dann ist es tot. Oder. Oder wie das iPhone 3GS. Indem man es einfach von der Produktion entfernt. Dann ist es auch tot. Hm. Aber das ist dann doof. Ja. Ja. Dann ist es nicht tot geworden. Wobei. Du. 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 Du kannst ja einfach da. Ey. Du kannst doch. Einfach da. Da hingehen. Geh ins Weiße. Komm. Ne. Wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn jetzt? Weiß ich nicht. Kannst du doch einfach da hingehen. Und dann da von da aus attackieren. Hier. Von da aus kannst du doch voll leicht attackieren. Ohne dass dich jemand da großartig stört. Naja. Die Türme können dich dann vielleicht stören. Aber. Was anderes stört dich dann nicht so. Oder haben die Türme genug Reichweite? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht ob die Türme. Oh. Die Türme attackieren. War klar. War klar. Dann haben wir erst die Türme. Ach so. Ja. Ich muss ja neue Einheiten produzieren hier. Hier. Komm. Mach Neues. Mach Neues. Du auch. Komm. Geh da hin. Und geh da hin. Ja. Dann mach wieder Neues. Ja. Du machst auch Neues. Und du gehst da hin. Du gehst auch da hin. Ja. Oh. Jetzt ist da nur noch einer. Das könnte schwer werden. Hm. Vielleicht kannst du da ja irgendwo entlang laufen. Hm. 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 Ach so. Das Rathaus selber. Das kann ja auch noch attackieren. Das ist ja das Problem. Ja. Hm. Okay. Jetzt bist du tot. Jetzt bist du tot. Vier Minions Max. 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 Warum Max? Was ist man Max so toll? Warum hat der vier Minions? Hm. Hm. Dann geht doch da hin. Und tötet die einfach. Ja. Dem Tod ins Auge blicken. Und dann einfach fertig. Ja. Den Tod ins Auge blicken. Ach. Wo hat denn der Tod sein Auge? Also. Ich sehe ihn nicht. Seht ihr den Tod? Sein. Also. Tod ist ja ein Besuch. Aber der hat doch kein Auge. Hm. Der hat doch kein Auge. Schnach attackiert den. Attackiert. Los. Die Mumie muss sterben. Die Mumie muss sterben. Der Mami muss. Must die. Also jetzt nicht Mami von Mama. Also Mami jetzt Mumie. Ist englisch. Falls es noch nicht jeder so kennt. Hm. Jetzt nicht denken. Mutter muss sterben. Das wäre falsch. Wäre auch schlecht. So. Und dann könnt ihr doch einfach mal da hingehen und das da attackieren. Jetzt stören euch auch nicht mehr so viele Viecher. Und jetzt könnt ihr doch einfach drauf schießen. Einfach drauf. Drauf. Komm. Einfach deine Kügelchen da drauf schießen. Und fertig. Einfach mit Papierkügelchen. Auf das große. Goldene Herrenhaus schießen. Und dann peng peng peng. Mit den Papierkügelchen. Dann ist das nachher so versaut. Und deswegen ist das Gebäude dann kaputt. Weil es dann voll mit Papierkügelchen ist. Aber die haben ja hier Feuerkügelchen. Und die sind ein bisschen schärfer als die anderen. Hm. Feuer. 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 Feuer ist gefährlich. Setzt viele Gebäude in Brand. Goldenes Herrenhaus. Mich wundert auch warum das Herrenhaus heißt. Wohlen da irgendwelche Herren drinne. Also. Bis auf die Mumie die da vorstand. Habe ich da jetzt noch keine Herren gesehen. Hahaha. Vielleicht war ja die Mumie der Herr der da in dem Herrenhaus gewohnt hat. Und deswegen muss ich das wahrscheinlich jetzt auch zerstören. Ja. Und deswegen ist das jetzt so ne. Hm. Nur deswegen. Und jetzt müsste das Rathaus auch gleich kaputt sein. Aber das hier. Das da oben ist glaube ich ein Bug mit der Wüsteninsel. Ich wüsste jetzt nicht. Was man da jetzt machen sollte. Naja. Oh. 3677 nur. Wobei. Wir haben es ja nicht auf drei Sterne gespielt. Nur ein Stern. Habe ich vergessen hochzustellen. Ja. Habe ich vergessen. Okay. Das waren heute ein paar Inseln. Und ja. Bei der Umfrage hat ja abgestimmt. Äh. Dass ich. Die alten unveröffentlichten Folgen. Die. Habe ich mir angeguckt. Die sind eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich auch gefragt. Dass ich die. Ob ich die noch hochstellen soll. Also ich. Schreibe dann dahinter. Ähm. Ja. Alt oder so. Irgendwie. Und. Ja. Das werde ich dann hochladen. Könnt ihr ja mal reinschauen. Da war ich noch Level. 20. 22 war ich da glaube. Jetzt bin ich der Doppelte. Ne. Haha. Jach. Und das war dann das heutige Let's Play von Social Empires. Ja.